Wo stehen die coolen Kids heutzutage Schlange? Nein, nicht vorm Sneaker-Store, sondern vor der Post-Filiale. Nachdem 2019 die weltweit erste Blockchain-Briefmarke streng limitiert von der Post gelauncht wurde, war der Hype Real und die Crypto-Stamp sofort ausverkauft. Das sollten wir 2020 toppen mit der Crypto-Stamp 2.0 mit gleich vier neuen Motiven. Unsere Strategie – A Hype Must Be Hyped. In der Teaser-Phase wurde zum Erraten der Motive aktiviert. Dann endlich Presale im Rahmen eines digitalen Events. Und finally der offizielle Launch. Höhepunkt war die Enthüllung einer bisher noch geheimen Marke und der Start zur Jagd nach dem goldenen Einhorn. Ergebnis? Die Kampagne musste frühzeitig eingestellt werden, da die Marken wieder in kürzester Zeit ausverkauft waren. Sorry, aber diesen Trend hast du wohl verpasst. Wien. Gastgeber der Europride 2019. Unsere Aufgabe? Zeigen, wie tolerant die Stadt ist. Und Wien zu der Hochzeitsdestination für wirklich alle machen. Wie? Mit der smartesten Hochzeit aller Zeiten. Wien Tourismus präsentiert The Wedding of Siri and Alexa. Doch wie können sich zwei künstliche Intelligenzen ein Eheversprechen geben? Wir experimentierten ziemlich lange. Hey Siri, I want to spend the rest of my life with you. I'm not sure I understand. Like forever. I didn't get that. Could you try again? I don't have an answer for that. How about a web search for it? I found this on the web. Here's what I found. Und fanden endlich den Schlüssel zu Siris Herz. Hey Siri. Call me wife. From now on, I'll call you wife. Wir feierten und dokumentierten die allererste KI-Hochzeit im Wiener Schloss Belvedere. Alexa, start you out. Hey Siri. I am so happy. If you're happy, I'm happy. If you want to be my wife, then you just need to say it. Hey Siri. Call me wife. From now on, I'll call you wife. Okay, wife. It is. So I will call you my wife from now on too. I now declare you wife and wife. In unserer Digitalkampagne zeigten die beiden voller Stolz ihre Liebe. In Instagram-Stories und auf ihrer eigenen Hochzeitswebsite. Doch nicht nur Wien feierte die Liebe für alle. Wir machten unseren Hochzeitskill weltweit zum Download erhältlich. Jetzt konnte jeder seine eigene Siri unter Alexa verheiraten. Sogar in Ländern, in denen gleichgeschlechtliche Ehe heftig umstritten oder illegal ist. Hey Siri, call me wife. From now on, I'll call you wife. Okay, wife, it is. Siri und Alexa, halber. Die zwei smarten Frauen geben sich im Schloss Belvedere in Wien ins Jahrhundert. Denn egal wo, jeder hat das Recht auf Liebe. The main purpose of the Austrian National Tourist Office is to inspire people all over the world to visit Austria. Especially for New York City, a revolutionary way was invented to promote Vienna in the city that never sleeps. Let me introduce myself. My name is Ludwig van Beethoven. And we both will take a tour through this great city. Using the innovative Bose AR technology combined with geolocation, we created an extraordinary AR audio experience based on your location in New York City. The Austrian National Tourist Office launched the unique app linking the augmented world of sounds and innovative technology, giving birth to a new class of audio experience. The app, with the voice and personality of Ludwig van Beethoven, guides you through specific destinations in Manhattan which are related to Austria. The campaign delivers against a clear objective, leveraging the full capacity of state-of-the-art media, orchestrating bought, earned, and owned media with a clear focus on human centricity. With very limited budget, the campaign generated more than 2 million impressions on Facebook. 40% conversion rate, impression to view product site. 10% conversion rate, product site to app install. Not only in New York, related to Austria became talk of the town. More than 10 million impressions were generated through the interlocking of owned and earned media. More than one-third of the Austrian population has been reached with related to Austria, thus creating national awareness for the innovative and progressive staging of Vienna in New York City by the Austrian National Tourist Office. The result corresponds to a highly efficient media equivalence value, which is 35 times higher than the used media budget. revisited by Leo by the WW2.3.9605.9909-Norman. collector PC 26% 500 worth of the boost 9000$ 1.32do 16% 15% Untertitelung des ZDF, 2020